Hallo, ich bin die Franzi, ich bin hier die Assistenz der Geschäftsleitung und ich bin zuständig für die Patenschaften, unter anderem, also wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, dann könnt ihr gerne euch an mich wenden und ich habe dann eine wunderschöne Geschenkpatenschaft, hier zum Beispiel für unsere neue Wölfin die Gaia und ihr könnt auch normale Patenschaften bei mir übernehmen, das sieht dann so aus, oder was mache ich noch im Winter, Kalender verschicken zum Beispiel, oder wenn jetzt das Wetter zum Beispiel nicht ganz so mies ist, dann müssen auch alle Leute raus, müssen in der Anlage helfen, gestern zum Beispiel haben wir betoniert, da muss dann auch jeder ran, genau, aber ansonsten, wenn ihr noch irgendwie nicht wisst, was ihr Leuten zu Weihnachten verschenken sollt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Guten Morgen, mein Name ist Dietmar Erlach, ich bin hier im alternativen Wolf- und Bärenpark für die Technik, zuständig mit meinen Kollegen Werner Neff und Reinhard Neff und unsere Arbeiten im Winter beziehen sich hauptsächlich auf Vorbereitungen von Anlagenumbauten, zum Beispiel Wolfschieber montieren und zusammenbauen, dann allgemein mal wieder die Werkstatt auf Vordermann bringen und das sind schon, und Schneestimmen ist natürlich auch eine große Tätigkeit, die wir im Winter und über die Wintermonate ausführen. Ich bin die Franzi aus der Pädagogik und was ich im Winter mache, ist zum einen das Schilderkonzept zu überarbeiten, zum anderen sitze ich auch am Computer und bin für Fragen zuständig, beantworte eure E-Mails. Ja, mache mir Gedanken darüber, was euch zu Hause interessieren könnte, was ich auf Facebook stellen könnte und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Zeit nach Corona, wenn ich euch persönlich wieder hier im Park zu einer Führung begrüßen kann. Schreibt mir da am besten unter schwarzwald-at-beer.de und wir finden einen passenden Termin. Hallo, ich bin der Robin aus der Tierpflege und wir wollen euch einfach mal zeigen, was wir jetzt im Winter noch zu tun haben, auch wenn wir leider zu haben. Das ist zum einen die Anlagenpflege, Anlagenreparatur, zum anderen auch die Dokumentation von den Winterruhen, von den Bären, welche sind schon in den Höhlen, welche noch nicht. Heute wird jetzt Fleisch gefüttert, man sieht es glaube ich schon im Hintergrund. Da sind gerade die Wölfe schon am Sammeln. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor jetzt auf dem Winter, wenn es wieder kälter wird, wenn wieder mehr Energie gebraucht wird. Langweilig wird uns also nicht und ihr könnt uns auch weiterhin unterstützen mit jedem Euro, mit jedem guten Wort, mit jedem netten Kommentar. Wie gesagt, wir haben immer noch gut zu tun. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe ich bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.